Dieser Fall ist mal wieder ein herrliches Beispiel für unsere stramm auf links getrimmte Gesellschaft. Rassistischer Brandanschlag in Hessen. In der hessischen Kleinstadt Wächtersbach ereignete sich in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 2023 ein rassistisch motivierter Brandanschlag. Dabei brannte das Haus einer Familie, die dort seit Jahren lebte und vor einiger Zeit aus Pakistan migriert war, komplett aus. Die Bewohner des Hauses waren in der Nacht aber zufällig nicht zu Hause, weshalb sie glücklicherweise unverletzt blieben, schrieb Seebrücke.org. Und diesen Punkt fand ich schon etwas seltsam, dass sie zufällig genau an diesem Tag alle nicht zu Hause waren. Aber gut, hatten sie ja wirklich nochmal Glück gehabt. Der Schaden war auf jeden Fall gigantisch. Die Feuerwehr brauchte 8 Stunden, um den Brand zu löschen. Nach ersten Schätzungen ging es um einen Sachschaden von 350.000 Euro. Und was macht den Brandanschlag jetzt so rassistisch? Na klar, es war eine pakistanische Familie. Und an mehreren Wänden des Hauses waren offensichtlich ausländerfeindliche Parolen geschmiert worden. Darunter zum Beispiel Sprüche wie Ausländer raus. Und die Übeltäter beherrschten scheinbar nicht mal die Silbentrennung. Aber Seebrücke.org hatte dazu auch gleich die Verdächtigen parat. Sie schreiben, wir verurteilen die rassistischen Debatten in Deutschland, die Hass gegenüber migrantifizierten Menschen schüren, aufs Schärfste. Gemeint sind dabei sowohl die Fasch. der AfD, als auch bürgerliche Parteien, die im vergangenen Jahr versucht haben, mit rassistischen und entmenschlichenden Vorschlägen sich gegenseitig rechts zu überholen. Und natürlich musste man in dem kleinen Dorf auch gleich ein Zeichen gegen rechts setzen. Ist ja klar, ein Konzert gab es zwar nicht, aber um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, haben am Sonntagvormittag, dem 7. Januar, in Wächtersbach mehr als 100 Menschen an einer Mahnwache mit acht Redebeiträgen teilgenommen. Sie versammelten sich im Ortsteil Wittgenborn vor dem kürzlich abgebrannten Haus der pakistanischen Familie. Aufgerufen dazu hatte der Ortsverband der Linken und dessen Sprecherin Angelika Silberling-Antoni. Dem Aufruf folgte der Ausländerrat und Vertreter aus Kirchen und Politik. Ja, und dann marschierte man tapfer mit seinen rechten Terrorstoppenschildern und mit NAZIs raus. Und natürlich auch mit dem klassischen Anti-AfD-Plakat. Auch der Bürgermeister, Andreas Weyer von der SPD, sprach von einer neuen Dimension und einer dramatischen Entwicklung des Rechtsextremismus. Der Stadtverordnetenvorsitzende machte auch ganz klar, die Stadt ist bunt. Auch die Fraktionschefin der Grünen in Wächterstadt sagte, Mag sein, dass der Fall nie aufgeklärt wird, aber die Bedrohung von rechts ist real. Ebenso wie die Gefahr durch den Erfolg der teils rechtsextremen AfD. Aber ich habe hier eine sehr gute Nachricht für Sie, denn, ich kann Sie ganz beruhigen, der Fall wurde glücklicherweise aufgeklärt. Eigentümer täuscht drastischen Brandanschlag vor, wie die Frankfurter Allgemeine schreibt. Versicherungsbetrug sollte wie rechtsextremer Anschlag aussehen. Der Brandanschlag auf ein Haus in Wächtersbach hatte für Aufsehen gesorgt. Nun ergaben die Ermittlungen, dass der Eigentümer die rassistischen Parolen selbst an die Wand gesprüht hat. Wegen Verdunklungs- und Fluchtgefahr wurden die fünf Verdächtigen der pakistanischen Familie dem Haftrichter vorgeführt. Dumm war nämlich, dass sich der zündelnde Hauseigentümer selbst verletzt hat. Er soll laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Feuer zusammen mit seinem pakistanischen Schwager gelegt haben, war dabei aber etwas übereifrig und hat sich selbst Brandwunden zugezogen. Als er dann mit Brandverletzungen zur Vernehmung auftauchte, war das schon ein bisschen seltsam. Da ja eigentlich die ganze Familie an diesem Tag nicht zu Hause war. Auch die 33 Jahre alte Ehefrau des Eigentümers machte sich laut Staatsanwaltschaft verdächtig. Sie hat nämlich kurz vor dem Brand mehrere Haushaltsgegenstände verkauft. Auch ein weiterer pakistanischer Staatsbürger wird verdächtigt. Er hat nämlich dem Hauseigentümer zur Tatzeit ein falsches Alibi gegeben. Ja, und jetzt wird dem Eigentümer eben nicht nur Brandstiftung und Versicherungsbetrug im besonders reeren Fall vorgeworfen, sondern auch das Vortäuschen einer Straftat. Okay, aber entschuldigt man sich jetzt wenigstens mal bei der AfD für die falschen Anschuldigungen? Ein ehemaliger AfD-Politiker fordert heute auf Facebook Teilnehmer und Initiatoren der Mahnwache, wie Angelika Silberling-Antoni, zu einer Entschuldigung auf, weil sie Rassismus unterstellt hätten, den es in Wächtersbach nicht gäbe. Zu jedem Zeitpunkt ist so eine Demo berechtigt. Ich denke, Wittgenborn hatte fast 40 Prozent AfD-Wähler. Es gibt hier sehr viel Rassismus auch in unserem Dorf und das habe ich halt als meine Pflicht angesehen, da was dagegen zu tun. Ja, auch wenn es ein falscher Verdacht ist. Da fragt man sich, waren diese ganzen anderen rassistischen Taten vielleicht von ähnlicher Art? Oder macht man es hier genauso wie bei antisemitischen Straftaten, die man ja einfach mal so ohne Belege dem rechten Spektrum zuordnen kann? So schreibt nämlich auch die Welt, bei antisemitischen Straftaten können die Täter Rechtsextremisten, linke Israelfeinde oder auch aus dem muslimischen Bereich sein. Die Mehrheit der Fälle in Berlin wird Rechtsextremisten zugeordnet. Ohne Belege, ohne Anhaltspunkt, wie aus einer Senatsantwort hervorgeht. Ja, und es ist natürlich praktisch, so hat man gleich wieder einen Grund für die nächste Mahnwache gegen rechts. Dabei ist ja gerade hier ein großer Teil der Täter aus dem linksextremistischen Milieu. Aber wen interessiert das schon, wenn man mal wieder gegen rechts sein kann? Alleine, dass der Hauseigentümer offensichtlich wusste, welche Empörung er auslöst, wenn er es wie eine ausländerfeindliche Straftat aussehen lässt. Und es hat auch perfekt funktioniert. Die Leute haben sich brav instrumentalisieren lassen, haben ihre Schildchen gegen rechts gebastelt und die Presse hatte wieder einen Grund, etwas gegen rechts zu schreiben. Und natürlich konnte man bei der Gelegenheit auch gleich gegen die AfD hetzen. Obwohl es doch eigentlich immer heißt, dass die AfD immer Hass verbreitet. Und dass dann herauskommt, dass alles erfunden war, weigert man sich sogar, sich zu entschuldigen. Erinnert mich irgendwie an die angeblichen 80 Anschläge auf Flüchtlingsheime, über die sich unsere hochgeschätzte Innenministerin ja auch so herrlich echauffiert hat, bei denen am Ende herauskam, dass man nun insgesamt 17 der 80 Fälle tatsächlich von einem Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft sprechen kann. Wobei sogar in 9 der 17 Fälle kein Asylbewerber in der Unterkunft wohnte, da sich diese gerade erst in Planung befand. Bei den Fällen handelte es sich um Taten wie zum Beispiel der folgenden. An einem Landratsamt, etwa einem Kilometer von der Flüchtlingsunterkunft entfernt, wurde ein Sticker angebracht, auf dem stand Heimreise statt Einreise. Ein Kilometer von der Unterkunft entfernt. Jupp, das reicht aus, um es als ein Angriff auf ein Flüchtlingsheim zu werten. Oder in einem anderen Fall wurde eine Regenbogenfahne entwendet, ebenfalls hunderte Meter von der Unterkunft entfernt. Das reichte aber aus, um es als rechte Straftat zu werden, obwohl man gar nicht wusste, wer es war. Und natürlich als Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. Aber der wohl krasseste Fall war von einem ex-grünen Politiker, der täuschte nämlich Anfeindungen gegen sich vor und erhielt später eine Geldstrafe. Der grüne Lokalpolitiker mit Migrationshintergrund aus Erkelenz behauptete immer wieder, von Rechtsextremen eingeschüchtert zu werden. So erhielt er angeblich mehrere Drohbriefe per Post, die teilweise unterschrieben waren mit NSU 2.0. Dazu kamen mehrere Schmierereien an seinem Auto und Haus mit rechtsextremen Symbolen, darunter auch ein gewisses Kreuz, weshalb er mehrfach Anzeige gegen Unbekannt erstattete. Bei dem Kreuz, was mit schwarzer Farbe aus seinem Auto gesprüht wurde, ist der Polizei aber etwas seltsam vorgekommen. Das Kreuz war nämlich spiegelverkehrt auf dem Auto aufgesprüht worden. Und ich meine, wenigstens das sollte doch ein richtig strammer NRZI richtig hinbekommen, oder? Das dachte sich zumindest die Polizei und hat dann auch im Haus des Ex-Grün-Politikers die Sprühflasche gefunden. Wenn man in Deutschland eben alles so leicht auf rechts schieben kann, lädt das natürlich zum Nachmachen ein. Man kann sich wunderbar als Opfer darstellen und das Mitgefühl der Medien ist einem gewiss. Und wenn sich die Leute dabei nicht dauernd so dämlich anstellen würden, könnten sie damit wahrscheinlich sogar durchkommen. Das war's für heute. Wenn's gefallen hat, gerne teilen, like und abonnieren. Und wer Lust hat, kann auch gern über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken. Bis zum nächsten Mal.